So, hallo und alle zu einem neuen Video und heute gibt es ein kleines Halloween-Special. Nämlich heute gibt es einige coole Halloween-Maps, die von Leuten gebaut wurden, die ich gefunden habe, weil das passend wäre, dachte ich mir. Und ich habe dazu heute vier Maps rausgesucht und wir werden da mal so Stück für Stück so ein bisschen durchgehen. Es zählt wieder zur Kategorie Mega-Build mehr oder weniger. Also es sind große Bauten mit dabei. Ich fange da so mit dem kleinsten an, was ich so gefunden habe. Und ihr könnt die natürlich gerne auch mal bewerten. Welche fandet ihr davon am coolsten? Sagt mir am Ende des Videos Bescheid. Vielleicht kann ich ja wieder so eine Umfrage oben rechts in der Ecke da machen. Aber ja, lass mal loslegen. Ich bin hier reingegangen und hier gewittert ist und blitzet und regnet es. Und ich kann das auch nicht ausschalten. Ich habe gerade mal gedacht, oh nee, Regen ist blöd. Wollte den ausschalten, ging nicht. Denn es regnet einfach weiter. Also ein Command-Block irgendwo, der ständig wieder Regen macht. Und ja, hier bin ich. Nein, lass ich ihn hier einmal umdrehen. Da! Und da ist auch fett oben einmal richtig dick Halloween aufgeschrieben. Also, aber so eine Themen-Apps sollen es heute sein. Und dann, da, lass mal loslegen. Wir können uns mal ein bisschen angucken, was hier so gebaut wurde. Von dem gerne auch. Hier ist übrigens mal der Entwickler. Kann ich leider nicht verlinken, weil ich das nicht lesen kann. Ähm, aber ich kann den Link zum Planet-Minecraft-Link posten. Und alles, was ihr hier findet, werdet ihr auch runterladen können da. Naja, ähm, das ist jedenfalls Punkt Nummer 1. Ein kleine, kleine Halloween-Map-Massport hier vorne. Und, äh, hier ist auch nicht viel außenrum gemacht. Es geht im Wesentlichen um dieses Gebäude hier. An sich ganz nice. Ich glaube übrigens auch, dass es im, ja... Ich will nicht fast sagen, Survival-Modus gebaut ist. Man ist halt im Survival-Modus, wenn man hier steht. Und die Welt ist auch keine Creative-World. Es ist eigentlich eine normale Survival-World. Ich muss dann einen Laden öffnen und dann einen Creative-World um mich setzen, damit ich jetzt hier rumfliegen kann. Aber der wird sich wahrscheinlich trotzdem mit, ähm, gebaut haben, indem er Items bekommen hat. Oder, ja, egal. Ähm, ein riesen fetter Baum und ein riesen fettes Haus, was so ein bisschen aussieht wie die heulende Hütte aus Harry Potter. Ich weiß nicht genau, ich lass mal reingehen, mal gucken, was drin steht. Äh, okay, leer größtenteils. Größtenteils leer. Aber es geht im Wesentlichen auch nur um das Gebäude an sich. Äh, es soll gruselig aussehen. Es sollen ein paar Fledermäuse dabei sein. Es fühlt sich gerade so an, als ob ich so einen Bauwettbewerb beurteile, ja, wo man Sachen einschicken kann. Ich bewerte die und dann, yay, das ist Platz 1, Platz 2, Platz 3. Äh, ja, schöner, kleine Map. Und ich dachte, ich zeig's dir mal. Den Baum kann man sich gerne auch nochmal angucken. Da hängen Kürbislaternen von, äh, den Ästen so ein bisschen runter. Hier ist auch ein bisschen Schneebium. Regen. Schnee, Regen, Schnee, Regen. Ja, hier ist übrigens auch Schneebium dann letzten Endes. Ja, schön. Schön und es gewittert die ganze Zeit. Aber, weißt du nicht, ich glaube, es ist ein Feature halt oder im Sinne auch gut gemacht, dass es die ganze Zeit dunkel ist und Regen und Blitz war. Das muss irgendwie dazugehören. Naja, äh, ich hoffe mal, das war einigermaßen gruselig. Jetzt nicht so groß hier zu sehen, aber wir gehen mal weiter zur nächsten Map und dann schauen wir mal, was diese zu bieten hat. So, ich arbeite nicht mal so ein kleines bisschen voran zu den Maps, wo ich denke, dass sie etwas besser werden, als sie vorherigen. Also, meine Empfindung nach, beste mache ich mal zum Schluss. Ähm, das da hier ist die nächste Map. Diese ist ebenfalls wieder unten verlinkt und nennt sich Gate of Loneliness, also Tor der Einsamkeit. Ähm, das ist so ein bisschen auch eine, ja, eher heruntergekommene, verdorrte Waldlandschaft hier. Da sind ein paar Steine noch da. Du hast hier dann die, äh, übrigen Baumstämme und so weiter und so fort aus diesem dichten Wald und hier vorne musst du dann langlaufen und du läufst praktisch zu diesem Tor der Einsamkeit. Es ist auch eigentlich nur ein Tor. Also es muss, wahrscheinlich nicht falsch, es muss kein Haus oder Gebäude sein. Oh, das Laufen ist super anstrengend. Es muss kein Haus oder Gebäude sein. Es kann auch generell eine Halloween-thematische Map sein und gruselig auf jeden Fall. Also ein bisschen gestaltet, halt in typischen Farben, so, so bräunlich halt. Kann man den Clay Terracotta nehmen und den Soulcent und Kürbisse und Laternen und hier so Fichtenholz und einfach so das Klassische. Ja, natürlich, was auch gehen würde, ist eine Candy-Map, aber da habe ich leider. Da gibt es, glaube ich, viele, aber habe ich leider nicht. Und dieses Gate ist einfach hier so ein riesig fettes Ding, als ob das von so einem gruseligen Schloss, so eine Art Foregate ist, wo man durch muss, wo es dann auch dußert, zappendußert ist, aber hinten ist leider nichts. Es geht erstmal nur um das Gate und das Motiv an sich. Ich bin durch da ein paar Seiten durchgescrollt. Ich habe auch gerade keine besseren oder noch cooleren Maps gefunden. Meines Empfindens nach jetzt direkt. Vielleicht kennt ihr noch ein paar andere, aber ich habe es nicht so gesehen. Vielleicht auch mal bekannt hier drüben ist ein etwas größerer Baum, plus so eine Mühle, die auch schon zerstört ist. Hier ist es übelst runtergefallen und ja, das Blatt liegt hier unten von dem Windrad hier und die neigt da schon so ein bisschen zu sein. So, üüü, naja, naja. Sieht schon ein bisschen schlapp aus. Reinen kann man auch nicht. Einfach da, wo man reinkommen sollte, mit schwarzer Wolle ausstatten. Da kann man auch nicht reingehen. Und halt hier so einen richtig dicken Baum. Oh, mit einem Grab. Das ist ein schönes Thema hier vorne noch. Grab, Gräber. So, naja, wo man dann rein kann. Katakomben. Ja, doch. Sieht einigermaßen gruselig aus. Ich würde es nochmal gerne bei Nacht sehen. Timeset, dann haben wir 14.000. So, bei Nacht ist es natürlich nochmal etwas anders von der Atmosphäre. Was cool wäre, ist, wenn diese Kürbe seit Kürbeslaternen noch wären. Wäre vielleicht nicht schlecht. Und da unten auch lauter Gräber noch nebenbei mit drin. Ja, das zählt auch noch als Grab und so ein bisschen. Ja, doch. Ist, finde ich, etwas besser als die erste Map. Auch wenn kein Haus oder so dabei ist, aber ein bisschen mehr Detail. Ein bisschen größer auch, glaube ich, von den Bauern. Oh, Leute, riesige Pilze. Und ein schönes Fetteskates als Hauptthema. Und ja, ist einfach ein nettes Motiv. Dann geht es weiter zur nächsten Map. Dann die nächst bessere Map. Und da kommen wir der Sache mit dem Megabild nochmal ein Stück näher. Ich mache mir mal Spectator. Oder kann ich schneller fliegen? Und fliege mal hier hoch. Und das ist doch jetzt was anderes hier. Schaut euch das mal an. Okay, so, ich gucke mal gar nicht hin. Schaut euch das mal an. Übrigens gerade schon ein Ding, was ich gesehen habe hier auf der rechten Seite. Da guckt was aus dem Baumstamm raus. Ein kleines Gespenst mit grünen Augen. Und das zählt definitiv zum Thema Megabild. Also das ist ein Halloween-Haus auf jeden Fall mit Kürbisen, Gesichtern, Fratzen, alles mögliche. Ich glaube, das soll auch nochmal irgendwie grüne Kugel, auch ein Kürbis oder irgendwas sein. Sehr cool thematisch gemacht, muss ich sagen hier. Hier hinten haben wir auch noch so eine Art Friedhof. Ja, das ist ein Friedhof. Halt hier oben so etwas größeren Tempel. Oder was ist Tempel? Krypta oder irgendwie sowas. Jo, die Zäune, die so ein bisschen hier so aufstehen, dass du da rein kannst. Also das ist hier jetzt schon wieder etwas Next Level. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich war mir nicht einig, ob ich das oder die nächste Map als mein Favorit von den Maps nehmen soll. Aber allein so ein kleines Häuschen hier würde doch thematisch schon fast ausreichen. Da sind auch kleine Kürbisse drin. Ja, und nur das. Und das nochmal in großer Version davon mit fetten Kugeln und Fledermäusen, die hier aus Kürbis gebaut sind. Und ich glaube, das Lieblingselement von mir in dieser Map ist... Sind das eigentlich zweimal gleiche Gebäude? Ne, die sind unterschiedlich. Die sehen so gar anders aus. Das Lieblingselement, glaube ich, aus dieser Map ist von mir... Ja, der Kessel. Der sieht cool aus. Da kommen so grüne Tertakeln raus. Und lila Tertakeln, so Würmer sind mit so einem Pumpkin-Gesicht drauf. Auch wieder hier so ein Wurm mit so einer Laterne. Der da wird wieder rausgekrochen kommen. Das ist schon etwas ekelhaft. Aber cool gemacht an sich. Riesiger Kessel, der kocht. Ja, und das Ding, was rauskommt. Finde ich auch sehr, sehr schön. Ansonsten wieder ein großer, vordorter Baum. Und das letzte Haus hier hinten, das ist halt das absolute XXL-Haus. Da hat er noch ein paar Etagen draufgesetzt auf das Ding. Ich habe mal kurz geguckt von innen. Ja gut, so sieht es von innen aus. Ist halt komplett hohl, aber... Kann man mal machen. Sag mal, ist das Slime? Ne, das ist grünes Glas, wenn ich sonst auch von Klausel gebaut wurde. Ja, nicht schlecht. Hier hinten so eine Art grüne Fackel noch oder so, wo so ein grünes Feuerchen lodert. Das ist sehr fantasievoll, muss ich sagen. Und sehr, sehr cool gestaltet. Das ist, wie gesagt, auch die dritte Map in der Beschreibung zum Download. Hier kommt noch so eine riesen, keine Ahnung. Oh, oh, ha. Hallo, mein hübscher. Der hat hier hinten noch ein übelst fettes Auge. Der dreht sich um. Das ist eine Art Tintenfisch, der hier rausgeklettert hat. Ich dachte, das wäre ein Vulkan. Der ist einfach hier hochgeschleimt und hat hier unten einen Fluss gebildet mit seinem Schleim. Aber richtig schön gemacht, finde ich. Und das könnte auch der Thumb in der heutigen Folge werden, weil das sieht sehr, sehr nice aus. Die nächste Karte ist noch mal ein bisschen was Spezielles, denn die hat noch mehr als eine reine Deko-Map. Und wir sind in der letzten Map. Und das ist, wie ihr sehen könnt, eine Survival Games Map. Eine Halloween Survival Games Map. Alles mit Kömpfen voll. Kann ich mal löschen. So, und da, lass mal hier durchgucken. Die Spieler starten halt hier vorne und es gibt wieder versteckte Kisten wieder. In der Mitte gibt's nix drin. Okay, die Kisten muss man dann wohl selbstständig füllen. Ja, gut. Andererseits, wer hier zum Spawn in der Mitte rennt, der ist aber richtig dicht. Da hast du einen Schwer, kannst gleich bam, 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 draufhauen. Okay, wir gehen ein bisschen rum, gucken mal, was hier für Elemente drin sind. Ich glaube, hier ist ein bisschen mehr Obsidian und Kohlen und so verbaut. Ist ebenfalls wieder düster und dunkel. Mehrere Etagen, jetzt etwas erhöhte Ebene. Auch so kleine Häuserchen, die etwas gruseliger gestaltet sind. Da ist auch noch eine Kiste im Boden, die schön verteilt ist und ist mit einer großen Kuppel umringt, dass da keiner raus kann. So, ich liege jetzt mal nach oben und dann machen wir uns mal von oben so ein kleines Bild, die das aussieht. Ja, okay, die Gebäude sind eher etwas simpler gehalten, muss ich sagen. Die Bäume sind trotzdem noch cool, aber immer so verdorrte Bäume. Oh, da hinten sehe ich noch was Schönes. Da sehe ich es erst von außen mal, was das überhaupt ist, wo man da drin startet. Da, wo man da drin startet, dieser Kreis, das ist ein aufgerissener Kürbis. Hier, als ob da oben die Hälfte fehlt. Das ist ein Pumpkin. Weil genau dieselben gibt es dann hier hinten. So etwas Größeres, doch, das ist mal schön. Etwas größere Kürbis. Vielleicht wird auch das das für heute. Etwas größere Kürbisse. Hier oben auch nochmal. Und dieser Kürbis steht sogar etwas schräg. Ja, das ist auch nett. Das ist auch nett. Tja, und von der Größe her. Ja, von der Größe her ist es recht klein eigentlich, muss ich sagen. Wie viele können drauf hier mitspielen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, drei, zwölf, zehn, elf, acht, zehn, elf, acht. 18 Leute können mitspielen. Oh, ich glaube dafür ist die Map dann doch ein bisschen klein oder so. So, kommen wir rüber. Ist das Glas oder? Ja, das ist Glas. Weißt du, so. Das ist aber so graues Wasser. Wer ist? Kein wirkliches Wasser. Oh, eine riesige Pilzhand. Die rausguckt. Oben nochmal mit einer Kiste drauf. Da muss man hochspringen, die sich zu holen. RIP. Das soll ein riesiger Grabstein sein. Da steht fette RIP drauf. Ah, ja. Aber auch schöne Map. Deswegen, ich komme mich nicht ganz entscheiden, was jetzt wo und wie. Hier sind übrigens zwei Kisten entnehmend einander. Welche davon besser wäre? Findet ihr die Megabuilds-Map besser oder eher diese hier? Weil das steht fast nur zum Megabuild dazu. Ist aber auch gleichzeitig noch eine Map, die eine gewisse Funktion erfüllt. Nämlich survival games. Naja, aber schön thematische Maps, dachte ich mir. Und die habe ich so gefunden. Kennt ihr vielleicht noch coolere Maps oder krassere Maps? Habe ich erstmal keine weiteren so gesehen. Ich habe aber auch nicht alle 489 Seiten des Planet Minecrafts durchgeguckt, wenn ich Halloween die Suchleiste eingebe. Naja, bis demnächst, meine Freunde. Frohe Halloween, keine Ahnung wie man das nennt, weil bei uns war das nie so, dass das irgendwie gefeiert wurde. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Trick or Treat. Ja komm, heute könnt ihr mich mal treaten mit nem, keine Ahnung, Daumen nach oben. Ausnahmsweise mal. So, bis zum nächsten Part, bis zur nächsten Folge. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.